Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video auf diesem FelixXXX Kanal Felix Kanal, ja, ihr wisst, ich bin der inaktive Boss Es war jetzt schon eineinhalb Wochen oder so, kein Video mehr online Ja, eineinhalb Wochen Ich wurde dafür voll gespammt, danke an dich an der Stelle Erik Mountainbike oder wie du heißt Ja, auf Instagram hat er mich zugespammt Sehr schön, genau Ja, heute ist Christmas, heute ist der 24.12.2019 Wir sind in den 2010ern und nächstes Jahr fangen die 2020er an, meine Freunde Und deswegen wollte ich mich einfach bedanken an alle Ich sehe, ich mache gerade so wenig Videos Krieg trotzdem ständig Abonnenten dazu, wir sind jetzt gleich bei den 100 Also, I love you, Jungs und Mädels Ja, dass ihr einfach trotzdem meine Inaktivität bei mir bleibt Meine Community OP, ihr seid meine Lieblinge Ja, es ist Weihnachten 2019 wieder Es geht so schnell alles vorbei Finde ich persönlich Ich wollte mal Danke sagen Frohe Weihnachten euch allen Danke dafür, dass ihr mich so supportet Obwohl ich ein kleiner, guter YouTuber bin, der nicht so aktiv ist Ich habe gesehen, letztens hat jemand auf mich reagiert Ja, das kommt vielleicht auch noch irgendwann online Wünsche, schreibt die gerne in die Kommentare Ich habe auch Wünsche bekommen, dass ich auf ein paar Songs reagieren soll Werde ich auch noch tun Keine Angst, kommt alles noch Erinnert mich einfach oft genug dran Ihr kennt mich, ich bin ziemlich vergesslich Hier schneidet gerade noch das Video für gleich Frohe Weihnachten heißt es für den Kanal Different Der ist ein bisschen größer als der kleine Vlog-Kanal hier Aber ich finde trotzdem schön, dass ihr mich hier so supportet Auf meinem kleinen Kanal Und genau Ich werde auf jeden Fall heute mit meiner Familie noch ein bisschen feiern Weihnachten, dies, das Es kommt natürlich bestimmt auch ein Update, was ich geschenkt bekommen habe Ich habe mir nichts besonders gewünscht Also Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so bekommen habt Wenn dieser Vlog, also wenn ihr schon beschert wurdet Ähm, genau Ich wollte einfach Danke sagen nochmal auch für mein eigenes Video Das 5 Uhr morgens Zeitung austragen Video Das hat mittlerweile 800 Klicks Nice Ähm, ja und wenn man Ich habe gesehen, das rankt richtig hoch in der Suche Wenn man Zeitung austragen eingibt Das ist einfach das dritte Video von oben auf ganz YouTube Ähm, ja Freut mich, nice Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr neu seid Hashtag Neuling Und dann weiß ich auf jeden Fall, ihr seid neu Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt Dann tut es auf jeden Fall jetzt Um keine weiteren Videos mehr in den 2020ern zu verpassen Meine Friends, ihr kennt's Ich werde auf jeden Fall wieder aktiver Danke für den Support Ähm, vor allem meine paar Leute hier, ne Die mich wirklich krank supporten Immer Kommentare schreiben Tut das jetzt wirklich Schreibt einen Kommentar für mich Für den Algorithmus Und liked dieses Video Und ich würde sagen Habt ein schönes Fest Ich freue mich für euch Ähm, wir sehen uns wieder Bald in näherer Zukunft Glaubt mir Ähm, ich habe nur noch 11 Tage Ferien Das sind irgendwie 15.000 Minuten Deswegen jede einzelne genießen Und ich würde sagen Meine lieben Vlog-Freunde Schöne Weihnachten Schöne Zeit mit eurer Familie Und ich würde sagen Tschüss Bis zum nächsten Vlog Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.